Book 2 4 In der Schule Wo sind wir? Wir sind in der Schule. Wir haben Unterricht. Das sind die Schüler. Das sind die Schüler. Das ist die Lehrerin. Das ist die Klasse. Was machen wir? Wir lernen. Wir lernen eine Sprache. Ich lerne Englisch. Du lernst Spanisch. Du lernst Spanisch. Er lernt Deutsch. Er lernt Deutsch. Wir lernen Französisch. Wir lernen Französisch. Ihr lernt Italienisch. Ihr lernt Italienisch. Sie lernen Russisch. Sie lernen Russisch. Sprachen lernen ist interessant. Sprachen lernen ist interessant. Wir wollen Menschen verstehen. Wir wollen Menschen verstehen. Wir wollen mit Menschen sprechen. Wir wollen mit Menschen sprechen. Buch und Texte siehe www.book2.de und sagen uns过 tim 16. Ich lerne die...